Na? Ist hier noch irgendwas? Will sich noch irgendjemand mit mir anlegen? Ah, hoi Freunde der Blöckchen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Eclipse 2. Diesmal allein. Boah. Jo, ich würde jetzt mal die Welt weiter erforschen. Ich hoffe, ich lege es nicht so sehr wegen dem Regen. LOL. Ja, ich glaube, das ist bestimmt schon gelootet, oder? Das ist aber riesig. Könnten eigentlich hingehen, ne? Ach stimmt, muss ich auch noch anziehen. Ich habe genug Holz. Müssen wir erstmal... Ups, ja stimmt, ich habe die Tasten geändert. Da war ja was. Ich brauche auf jeden Fall nochmal... Ne, warte mal, ich habe doch einen im Rucksack, ne? Ja, okay, jetzt ist es zu spät. So gut, genau, den wollte ich haben. Den machen wir mal rein. Hm, ey, ich brauche ein Boot. Da hinzukommen. Okay, wir können wir abbauen. Ich will Loot haben. Ja. Genau. Komm, Boot, fahr. Oh, das ist aber riesig. Okay, mein Tier sperrt es auch ziemlich im Eimer. Müsste dann... Ja, okay, hat sich schon einer reingebaut, ne? Ah, Boot bleibt stehen. Oh Gott. Ist ja richtig schlimm. Also, Boot ist ja nicht so toll. War da schon jemand drin, ne? Nein. Kommt mal nochmal hier raus. Ja, genau, ungefähr so. Ähm. Ist jetzt... Wir sind jetzt im Bug. Ne? Klingt hier alles so ziemlich ruhig, ja. Oh, Eisengitter. Nice. Wie hübsch. Wir sind in Gefängnisse. Das sieht ziemlich gelootet aus, würde ich behaupten. Oder? Fleisch. Essen. Oh. Na, komm, die mal mit. Ja, die Kisten eigentlich auch, ne? Ach komm, hab ich keine Ahnung. Doch, ich hab doch eine Angst. Stimmt. So, erstmal das Stuff da reinmachen. Irgendwo hab ich die Bögen her. Ja. Clay. Ja. Von mir aus. Ähm. Ja. Genau. Die Kisten haben. Ja, komm, nehmen wir das mit. Den Cordon auch. Kann man alles für die Deko nehmen, dann. Auf jeden Fall. So. Ja, das ist jetzt echt ehrlich. Ach, lol. Da kommt... Okay. Ich würde mich trotzdem hier umschauen wollen, nämlich das gefällt mir eigentlich. Das... Doch, das gefällt mir schon ziemlich. Und die Cordon sind auch mit. Weißer nicht, vielleicht kann man die ja gebrauchen. Kann man da irgendein... Ja. Okay. Ja, ich mach's mir einfacher. Okay, draußen ist Lärm. Hm. Ich stürmte auch ziemlich. Gerade. So. Nix außer Cordones. Ach. Na komm schon. Gut, jetzt die ganzen Zombies her. Aber Entschuldigung. So. Ja, es ist ziemlich düster. Okay, Enderman. Komm, dann gar nicht mehr. Ach. Ja, super. Oh, das ist voll riesig. Richtig cool. Oh, da ist ja noch mal eins. Ey, das ist ja nice. Ah, das wird bestimmt auch gelootet worden sein, ne? Hm. Hm. So, dann guck ich jetzt mal, wo mein Bötchen abgeblieben ist. Ich weiß nicht, ob ich die Eisengitter auch mitnehmen soll. Boah. Ach komm, nehm mal mit. Alles mitnehmen. So. Was haben wir denn da drin, ne? Ah, nichts besonderes. Ah, wieder essen. Nehm mal mit. Zack, zack, zack. Bisschen Ersatzrüstung auch nicht mal so schlecht. Hm. Na okay, das beißt sich eh. Das kann man ja eh nicht dann zusammenschmieden. Das ist ein Schmied. So. Da hat er jetzt auch noch was interessantes drin. Ja, ein bisschen Eisen halt, ne? Ach, Kohle ist auch gut. Wenn wir uns... Akt zwar nicht so viel wert für manche haben, aber... Immerhin etwas. Gibt's hier oben noch was? Nö. Okay. So, warte mal, ich kann hier außen rum latschen. Da ist nämlich da unten das Boot, ne? Ja, genau. Das war mein Plan. Zack, und... Genau. Ja, es könnte gelootet sein. Ne, echt. Ich werde auch drum, dass es gelootet ist. TNT, okay. Kann man das dann zünden? Oh, okay. Okay. Schüsse sind gefallen. Okay, das scheint noch nicht gelootet zu sein. Uh. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass mein Schwert jetzt nicht kaputt geht. Ach, man flucht. Ah, ein bisschen Loot. Okay, ich habe einen Creeper. Das gefährdet mir gar nicht. Noch mehr Creeper. Lol. Okay, das ist irgendwie so ein Spezial-Creeper. Ja, die Ballern hier halt mal so fröhlich rum, ne? Boah, der schießt auf mich. Lol. Na, komm, trauen wir uns mal rein hier. Ja, dann halt nicht. Ah, das ist echt schade, um ein Schwert, krass. Aber damit werden die geheilt. Das klingt schon fast danach, ne? Uh. Ah, komm schon. Grazie, die sounds laut. Was ist der denn, Schild? Ah, lol. Ach, der hat zum Heilstab. Nice. Habe ich denn jetzt auch? Warte, ich will das mal was essen. Okay, die ballern sich gegenseitig ab. Von mir aus. Oh, okay, doch nicht. Ah, komm. Warum rennt denn der jetzt nicht? Na, bin mal gespannt, was ich kriege, wenn ich die hier alle besiege. Ah? Ist hier noch irgendwas? Will sich noch irgendjemand mit mir anlegen? Hui! Oh, nice. Ah, okay. Schwert hat noch... Ah, 400. Ja, das geht grad so noch. Müsst irgendwie an den Ambustern kommen. Warte mal. Ey, ich hatte doch Kohle, ne? Kohle, Kohle, Kohle. Ja, Sticks. Und Kohle. Ach, die habe ich auch da. Ja, ein anderes halt, ne? Reicht das? Ne, ich glaube es nicht. Geflucht. So. Ja, das kommt jetzt alles mal da rein. Zack, zack. Ah, paar coole Essenzen, ne? Kann man bestimmt brauchen. So, ich wollte mir noch ein paar Faggeln. Na, ich guck mal, ich habe sogar noch Sticks. Egal. Warum soll... Ist noch Erfahrungspunkte, warum sage ich das nicht ein? Hm? Warst das hier? Okay. Dann will ich mal behaupten, weiter geht's. Mal gucken, was uns noch erwartet. TNT, ganz viel TNT, lol. Hohoho. Damit kann man das Schiff springen, ne? Oh. Oh ja, jetzt kommen sie. Ja, 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 ja. Oh, okay, der war... Nee, jetzt kurz, oder ging gerade schlecht. Hab ich gerade langsamkeit gehabt? Ich muss ein bisschen ausleuchten. Ach, das sind die Kanonen, nice. Ach, cool, da kann ich mir das Obsidia jetzt hier mitnehmen. Wär ein bisschen doof jetzt, ne? Na? Ja, da war ich, mach das, wenn die Folge vorbei ist. Ähm. Okay, die warten da nur. No. Hohohoho. Ich bin ausgewichen. Am ist das auch schon einer gespawnt. Oh, Mist, jetzt kommt die da. Das sind die wohl ein bisschen stärker sind. Oh, da hat einer ein Dior Schwert. Ich glaub, der wird's ziemlich... Das wird ein ziemlich ernster Fein. Oh, Gott. Hab ich ihn gekriegt? Nein, 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 nein. Oh, ja, jetzt werde ich hier rumgehen. Aber das ist echt... Hä? Hat er gerade einen Enderhaken benutzt oder so? Oh. Na, komm schon. Ey, was, 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 was? Ach, der brennt. Deswegen krieg ich Schaden. Toll. Okay, ich hab wieder Essenzen gekriegt und so Zeug. Ey, wenn ich das weiterkriege, krieg ich wahrscheinlich noch genug Eisen zusammen für den Amboss. Ist da jemand? Ist da jemand? Ja, ich schieße halt auch nicht. Oh, Mist. Ja, halt, ich versuche, die selber zu heilen, genau. Jawohl, ich hab ihn erwischt. Mist. Mist. Das macht mein Schwert bestimmt. Ja, Mist, ich hab nur noch die. Komm, er brennt doch. Jawohl. Oh, mein Schwert. Ich müsste zurück in die Stadt. Aber jetzt hab ich auch noch Übelkeit. Oh, Mann. Ich will aber nicht zurück in die Stadt. Ich will nicht. Stimmt, das hab ich ja letztes Mal total verpeilt. Man kann ja an dem Verzauberungstisch kann man ja auch reparieren, ne? Wenn ich... Genug Leder, genug Papier. Ja, hab ich wahrscheinlich nicht. Nee, fällt alles aus. Aber verflucht das, hätte ich mir einen Verzauberungstisch bauen können und dann hätte ich Dings reparieren können. Äh, mein Schwert. Dafür brauche ich aber, jo. Kommt, sagt schon. Das Rohr sogar. Die unterhalten sich. In der ersten hab ich angelockt. Hopp. Oh, okay. Nice shot. Ach, der auch noch? Komm, schauen. Wisst, ich will das Schwert, will ich behalten. Beziehungsweise, ach komm. Renn richtig. Oh, hi. Du auch hier. Wo kommst denn du da her? So. Hm. Ja. Komm. Ja. Schnee, schnee, schnee. Ich brauche Papier. Und Leder. Ja. Damit ich so ein Ding machen kann. Auf jeden Fall hab ich genau da natürlich, äh, hab ich immer einen Verzauberungstisch bei mir, wo ich, äh, das Zeug reparieren kann. Da hatte ich mal eine so schlechte Idee eigentlich, ne. Na ja, so ein mobiles, äh, reparaturs Ding, bumm da halt. Ja, ich weiß, was ich meine. So. Ah ja, für das Abonnentenprojekt, ähm, dazu werde ich noch ein extra Video machen. Seid gespannt. Und ja, leider kann ich nur die, äh, die Abonnenten berücksichtigen, bei denen ich sehe, dass sie mich abonniert haben. Mit Leute, die jetzt, ähm, halt, äh, ihre Abonnements auf unsichtbar gemacht haben. Da tut's mir eigentlich fast herzlich leid. Nämlich jeder kann behaupten, dass er mich abonniert hat, weil ich, beziehungsweise, ich werde auch noch davon ausgehen, wer aktiv ist von den Zuschauern, ne. Na gut, ähm, da würde ich jetzt offscreen schnell hier mir Papier besorgen. Nämlich Leder hab ich ja, soweit ich weiß. Ne? Nicht? Ja, genau. Das reicht für ein Buch. Ich kenn sogar Rorder. Das kann ja nicht sein, ne. Es ist ein bisschen ärgerlich. Na, ich muss erstmal nicht halt die ganzen. Electric Essence, okay. Water Essence. So, erstmal so die ganzen Sachen. Hier rein machen. Dann nimm halt auch mit. So. Dann segle ich mal flat an die Küste, guck, ob ich irgendwo Zucker rauf finde. So. Dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.